hallo meine lieben freunde zu einer neuer folge von minecraft singleplayer ich begrüße euch wieder jetzt zu einer neuen aufnahmesation und ich habe diesmal ein special gewürzt konsti hallo kann ich nur nach das spiegel treten wo bist du gerade am spawn vielleicht ja ich tp dich mal kurz zu mir damit wir uns nicht gegenseitig suchen müssen nein 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 das ist minecraft vanilla resten na gut naja vanilla ist nun mal mit tp ich bin kein cheater junge sag einfach die koordinaten ach koordinaten wie soll ich denn die kriegen das wäre zu einem 41 und 90 also x und z 41 und 90 vor allem ich habe eine eisenrüstung und laufe immer noch mit der lederrüstung rum ja konsti du bist auf meiner singleplayer welt und wisst ihr was wir dafür nehmen wir nehmen einfach mal hier unseren eigenen server den wir uns gekauft haben kannst du vergisst du ich sehe dich nicht und laufen die ganzen z koordinaten runter laufen zu was war es nochmal z ist 27 20 ok z dauert noch mehr ne z ist 30 äh 90 z ist 90 strottel und x war 30 30 kannst du dich seh dich nicht ich kann dich seh dich nicht ich kann dich seh dich nicht ich kann dich seh dich nicht ja ich hab dich grad gesehen ich komm dir entgegen ja 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 hier 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 warum tötest du die kuh lass sie lass sie lass sie lass sie oh man ich geb dir gleich wasser voll an hier bitte konzi wo bist du konzi nein renn nicht weg geh zu deinem haus ja geh zu meinem haus geh zu meinem haus ich schmelze nämlich gerade lehm ich schmelze nämlich gerade lehm hier ich hab essen für dich hier ich hab 44 steaks gebraten und hier ist mein bescheidenes hauschen hallo konzi hallo ja ich hab noch nicht so viel ey junge ist das mein eisen ja bespuk bespuk das ist mein eisen lass das doch mal hast du alles eisen lass mal alles eisen dann mach ich das Loch da oben zu aber was wollen wir machen dach aus lehm bauvorschläge in den kommentaren kommentare ist leider noch nicht weil ich die folge noch nicht online gestellt habe ähm dach aus lehm wir müssen mal lehm äh lehm braten naja da müssen wir mal da müssen wir mal mehr öfen bauen und schneller braten können wo ist lehm 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 ist an flüssen äh willst du lehm formen mach mir erstmal die grundsachen so hab ich ja schon na na gut dann mach dir deine grundsachen wenn du unbedingt möchtest so das brennt ja schon vor sich hin Oh, ich habe schon wieder drei Leder. Läuft bei mir. So. Ich nehme ein Schwert in die Hand. Warum steht im Chat nicht, dass ich auch drei Holes geploppt habe? Weiß ich nicht. Das weiß ich leider nicht. Ja, Inventur vor allem, ne? Ja, hier kannst du dich hier. Hallo, kannst du? Ja, sagst du. Hallo, kannst du dich? Hallo. So geil. Hallo. Das war Reflex. Alter, jetzt muss ich den ganzen Weg schon wieder laufen. Nein, musst du nicht. Jawohl. Oh, das war nicht beabsichtigt. Was hast du eigentlich schon gesammelt? Ach, jetzt hast du gesammelt. Ja. Hast du nochmal die ganzen Sachen? Ja, habe ich. Hast du Holz, ein Holz-Pick-Aggs? Äh, Holz-Pick-Aggs habe ich nicht. Dann noch, hatte ich noch fünf Pfadensfleisch. Pfadensfleisch. Gut, danke. Gut. Wir haben schon sechs Minuten rum, ne? Echt jetzt? Ja. Ja. Nee, aber ich mach mal, äh, der Feier des Tages 15 Minuten Folge. Oder? Ja, hast du vorher immer? Zehn. Hab's ja gemacht? Ich hab zehn Minuten immer. Ja, wo hat der Park? Na, weil wegen, wegen Hochladen und so. Und zehn Minuten, das geht ja auch noch. Ja, ein bisschen wenig ist es schon. Wenn du überlegst, es wäre jetzt sechs Minuten. Aber ihr habt ja auch, ist ja klar, wegen Hochladen kein gutes Internet. Ne, haben wir nicht. Aber ich krieg's trotzdem irgendwie hin. Komischerweise. Ja, aber er bekommt ja bald. Nein, ich bin so dumm. Aber jetzt muss ich mir unter Steinen fahren. Ich hab nämlich keine Erde mitgenommen, zum Hochbauen. Und jetzt kommen die ganzen Zombies. Aber das gefällt mir gar nicht. Ha, Zombie. Weißt du, was ich in der zweiten Folge entdeckt habe? Was? Ein Baby-Zombie reitend auf ein Chicken. Läuf bei mir. So. Ab nach oben. Ja, genau. Gleich erst mal Eisen gefunden. Ja, das ist übelst krass. Genau, und in den ersten paar Minuten erst mal fünf Eisen. Ja. Ich weiß auch nie, warum. Ne, wir haben jetzt schon acht Minuten, aber auch egal. Ja, das ist übelst krass. So. Leider hab ich kein Bett für dich. Weil ich hab ja noch keine anderen Schafe gesehen. Und eigentlich ist es ja ein Singleplayer-Projekt, deswegen hab ich auch kein Gästebett vorbereitet. Deswegen... Da muss ich halt in der Nacht wohl so überstehen. Oh mein Gott, ein Zombie. Ein Baby-Zombie. Nein. Lass mich. Lass mich. Oh scheiß, Baby-Zombies. Nein, nein. Nein, nein. Lass mich, lass mich. Lass mich. Ins Bett. Oh mein Gott, ins Bett, ins Bett. Nein, das ist ein Monster. Soll ich mal kurz disconnecten? Oh, Alter. Ich will nur erstmal kicken. Ähm, gut. Wir reden mal über etwas. Ihr hattet doch irgendwas wegen Netzwerk, das wollte ich in einer Folge ansprechen, hat es aber doch nicht gemacht dann. Weil ich nichts darüber weiß. Wir sind halt zur Zeit auf einer Suche nach einem guten Netzwerk, das Problem ist, dass wir halt, ähm, bei vielen Netzwerken das Alter beschränkt ist, also man muss halt 16 sein, weil jetzt sind da viel Ibi-Move. Und wir haben ja auch schon was gefunden, zum Beispiel, wo wir immer unsere, ähm, Sachen angucken, unsere Statistiken, warte mal kurz, warte mal kurz. Okay. Ich schalte mal in den Mikro. Valentin! Kannst du mal bitte ruhig treiben, ich nehm gerade auf. Konzertprobleme. Ähm. Mein Bruder hat die ganze Zeit rumgeschrieben wie so und nur so. Ach, dein Bruder, nee. Der hat's auch nie leichter, halt. Wir sind halt, wie gesagt, auf einer Suche und dort, wo wir immer unsere Statistiken angucken. Keine Ahnung, wie das heißt. Scheiße, ich hab den Namen vergessen. Ich auch. In dem Fall, ähm, könnten wir dort beitreten. Das ist keine Alltagsbeschränkung. Und das Problem ist, dass wir, ähm, so wenig Klicks haben. Und dort. Ja, das ist schlimm. Aufzukommen. Das ist dumm. Ja, ähm, wir werden dann noch warten, bis wir ordentliche Klicks haben. Und dann werden wir mal gucken, ob wir dann doch irgendwo beitreten. Und dann, ähm, auf alle Fälle werden wir ja weiter aufnehmen. Und Spaß haben. Ja, wir werden ja auf alle Fälle weiter aufnehmen und Spaß haben. Und irgendwann, irgendwann werden wir dann ein Netzwerk beitreten. Und dann, wenn wir dann noch ein bisschen Taschengeld verdienen. Ja, wie Däna. Freeze. Weißt du, warum ich überhaupt mit dem Singleplayer-Let's Play angefangen habe? Warum? Weil Marius im Urlaub ist. Weil der sonst auch immer aufgenommen hat mit seinem Together-Conny. Ja, der Kunde hätte ja auch kommen. Zeit ist jetzt jetzt Zeit. Das waren sie alle. Aber ich hab Zeit aufzunehmen. Ich hab ne übelst fette, am Freitag ne übelst fette Aufnahmesession gemacht. Hab dafür erstmal, weil sich Ärger bekommen wegen, ah, Zeitverschiebung und so. Aber ich hatte Folgen. Hast du jetzt schon, äh, hallo? Ja. Du hast bis jetzt nur Folge 1 von Dropper gesehen, da? Hm. Ja. Ähm, wir haben es gerade, ähm. Ja? Wir haben es gerade am Montag. Ja, am Montag. Ja. Soll ich ein Körbingen wo kommen. Ja, und deswegen hau ich jetzt richtig rein mit den Aufnehmen, das weil wir gerade Ferien haben, hau ich jetzt gerade richtig rein. Aber hast du nach dem Konzert, hast du nach dem Konzert aufgenommen oder vor dem Konzert? Vor dem Konzert. Ich bin übelst früh aufgestanden, ne? Hat dann zwar übelst geplättet, aber YOLO. Kannst du mal einen Eimer Wasser runterlassen? Wo bist du gerade, in der Schlucht? Hm. Äh, okay. Apropos Eimer, kann ich mir auch nochmal machen. Warte, Eisen hab ich ja. Ganz schnell. Ich hab jetzt 23 Eisen. Oh, läuft bei dir. Warte, ich mach kurz nen Eimer. Und hol mir schnell Wasser. Von dem See da unten. Hopp. Hab Wasser. Dann komm ich mal zu dir. Ah, wo bist du gerade da, unten? Sprintback. Ich krieg jetzt ne Lava. Nein, tu's nicht. Doch. Nein, mach das. Ist ja übelst. Ich lass Wasser runter. Nein, tu's nicht. Oh, nicht, dass das Wasser die Lava frisch macht. Oh, Alter. Nicht, dass das Wasser die Lava frisch macht, ey. Hast du die irgendwo reingegraben, oder was? Nö, da war ne Höhle. Ach, da war, ach stimmt, die Höhlen. Ja, die Höhlen hab ich noch nicht gemacht, weil ich zu viel Angst hatte. Ich hatte gerade Holz gesammelt, während du in der Höhle warst. Hopp. Ja, du bist oben. So, meine Öfen sind gerade voll gebammt mit Lehm. Aber du kannst hier gerne noch einen anderen Ofen machen, wenn du noch Steine hast. Hast du Stein? Zwei Stück? Ich hab immer einen Ofen gemacht. Okay. Dann stell die mal drinnen im Haus auf. Ja, ich bin wieder perfekt. Irgendwo hier. Vielleicht dort oben, da oben. Genau da. Da kannst du dein Zeug reinlegen. Ja. Alter, wie viel Kohle. Äh. Nach der Aufnahmesession kannst du dir eine kleine Kiste machen und dein Zeug da reintun. Okay. Ich mach dir schon mal eine Kiste für dich. Äh. Konsti. Bau dir am besten mal dein Haus irgendwo hin. Okay. Ich stelle mal deine Kiste vor mein Haus. Nicht zu übersehen. Okay. Okay, so. Du musst es doch irgendwo Schafe geben, Alter. Ich werde mal... Ich werde mal... Wie viel Lehm hab ich jetzt? Ich hab Lehm und Meis. Richtig viel Lehm hab ich jetzt, da. Ich hab nochmal die Korzen im Chat. In dem Haus. Ja, ich bin ein Schaf. Wo eigentlich sind noch mehr. Ja, ich hab drei Schafe. Ja, weil ich hab noch eine Wolle, ne? Okay, dann. Und ich hab noch nicht... Ich hab noch keine Monster gejagt und habe jetzt schon... Ähm... 22 Level. Allein durchs Leben brennen. Okay, ich komm zu dir. So, jetzt mach ich mal kurz. Ich hab weiter nicht gut. Ich war noch so ausgewischt. Ich hab noch so ausgewischt. Ich hab noch so ausgewischt. So. So, schön Leben machen. Oh, wir müssen kurz eine Pause machen. Wir sind schon bei 16 Minuten. Okay, gut. Dann... Bis zur nächsten Folge. Ich würde mich über einen Daumen und ein Abo... Nommant sehr freuen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Das müsste dann Folge 8 sein. Ciao. Ciao.